Hallo Hallo und herzlich willkommen zu Panthers neuen Folge Ja, egal, hallo und willkommen zur nächsten Folge Wieder mit Marie, Charisma und Quasi, hallo Hi Das war voll den Lachenflash am Anfang, Mann Erstmal mit dem Zombie gekuschelt Ja klar, er kuschelt ja sonst keiner mit mir Soll ich deine Mami herrufen? Ne Wo willst du denn dann bauen, hier in diesem Tal, dass wir nicht überall Schnee haben Oder willst du auf dem Berg selber bauen? Boah, du längst wenigstück Scheiße Scheiße kann weg Hä, ich würd sagen Hältst du mich jetzt getötet, ne? Ey, ich glaub ich wär ausgerastet Wär ich ein bisschen weiter nach vorne gefallen, ich wär tot gewesen Aber das nehm ich mal als, ja wir bauen im Tal Wobei, man kann ja bauen, wo er will, mein Gott Ich weiß auch nicht, warum er quasi nur so wenig kaputt gegangen ist Wie meinst du? Ja, weil er hätte eigentlich doch viel mehr kaputt sein müssen, oder? Ne, ich pass ja auf Also ich baue jetzt wirklich nur so ne Mini-Hütte erstmal, ne? Hä, was? Ich dachte, was voll cooles machen wir jetzt, wenn's schon, wenn's schon, Panzer Ey, ich hätt jetzt nur Kisten aufgestellt und ne Mech Warum kuschelt der nicht, warum kuschelt der nicht mit mir? Der Zombie Ja Und ein Bett hinstellen, ne? Also ich kann den Zombie verstehen Ey Das war jetzt viel Mach das Bett da schnell hin, weil das ist grad passende Zeit und so Ja, was für'n Bodenbelag wollen wir denn haben? Bodenbelag? Ja, ne, du sollst nur so ein schäbiges Tomaten-Rose soll toll sein, hab ich gehört Oh, doll Boah, war das schlecht? Ja Wo ist meine... Wo ist meine Wolle hin? Wolle, 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 wolle Hast du wahrscheinlich mir hingeschmissen? Ah, ja, bestimmt Ich hab 39 Wolle, ist das dein Ernst? Lol Nein, dann hättest du... Doch, dann hab ich dir die wirklich hingeschmissen Bitte Du bist immer noch nachtig, ich kann nix machen Boah, als ob du... Ne, ist gut so Mein Inventar ist zu voll Das find ich gar nicht toll Mach da einfach nur so'n kleines Bett hin Und... Ja, mein Gott, ich bin grad dabei Ne Kiste und nen Ofen Alter, ob du dich so hässlich da hochgepoppt hast Was, war das hier irgendwo? Ups Ich kann ja nicht ahnen, dass wir wirklich hier bauen Äh, ist die Sonne schon am aufgehen? Nein Nicht maarnierend Ich muss grad erst nach Boden Du kannst was draußen Interessant Oh, jetzt sieht man meine Jump Skills hier oben ja gar nicht Na, zum Glück nicht Uh, da ist ne Witch in deiner Nähe Ne Witch? Ja Ah, wenn die kommt, dann kill ich die olle Bitch Ich hab ne Witch Der war schlecht Ja Aber das war klar, der musste kommen Ja Der war doch zu erwarten, oder? Oh, hallo ey So'n schäbiges kleines Kackhaus Mein Gott, das muss reichen Oh, nicht mit Erde Oh, nicht mit Erde, das ist hässlich Ey, jetzt hat ich mich echt besch... Bist vergiftet Wenn dir so ne Scheiße passiert, ist dann unser Skellig in deiner Nähe Da, schnell schlafi schlafi Ja, ist gut Ey Ich fach direkt wieder auf Ja, weil du Schaden kriegst Oh, jetzt sieht man Hyper, hyper, döp, 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 was ist denn bei dir falsch? Isst du jetzt erst? Ja Oh, ich doch nicht neben mir, bist du ekelhaft? Leu Dann baue ich mein Bett halt da hin Warum haben wir denn keine Decke? Hey, wie machst du jetzt da auf dem Sofa, mein Freund? Ey, warum machst du mein Bett kaputt? Es wird grad hell, bist du lebens... Mann! Nein, ich kann Ei werfen Ah, okay Ah, sorry, das geht nicht mehr, schade Ich hab ihn noch nie so verzweifelt gehört, echt nicht Ich schon ganz oft Mission You can only sleep, ey, um Fuck you Ich hab's gerade nochmal umges... Ich hatte das um ein Feld falsch gesetzt Deshalb hab ich nochmal umgesetzt Das heißt, du kannst jetzt nicht mehr pennen Ja, das heißt, ich darf jetzt nicht sterben Ich seh's schon Zack, zack, zack So Hör auf! Hör auf! Hör auf! Hör auf! Hör auf! Oh, Panzer Ey, weißt du, wie weit ich laufen müsste, wenn du mich jetzt hier umruhen würdest? Ja, weit Mach weiter Hör auf! Na, mal überlegen Ähm, hast du noch Rohsfleisch? Äh, ja, hab ich grad in die Kiste gepackt Wow Das ist doch kein Haus! Das ist eine Behausung! Das sind... Das sind Wände und vier Pfosten Oh Mann! Nee, tut mir leid Fünf Pfosten! Ja, du bist auch so ein Pfosten Nee Na ja Oh, danke Da liegt ein Bord Aaaaaah Ameno Ameno Nee, Mama ist nicht mehr ohne Jetzt Der Hund hörte sich grad an wie Marie What the fuck? Voll so Ähm So, jetzt haben wir sogar schon ne Tür Weiß ich, ich brauche Ist das schäbig, das Denk Wir haben nicht mal ne Denke! Ach Mann, du bist nur am kritisieren hier Ja, ich bin ne Frau Ich wusste das Ich wollte doch sagen, sie ist ne Frau Du weißt, worauf sie dich da einlässt, ne? Ich glaube nicht Nimm mal lieber ein Mann Karis, mal komm mal her Nix Weißt du, der kuschelt wieder sonst mit einem Leute Bitte Immer diese Unterstellung Ich weiß, du willst das auch Nein Lol Wie schlecht ist das denn? Nur der eine Ofen ist an? Ja Oh Geht ja gar nicht Wie konnte man denn Aha Dann koche ich ja immer an, dann dürfen auch mal was Ja So, dann gehe ich jetzt noch ein bisschen Holz holen und dann kann man sogar eine Decke drauf machen Oh, ich weiß, wie mein Banner kopiert Ist auch sehr kompliziert Ich weiß nicht mal, wie mein Banner macht Aber hallo Was? Siehst du? Siehst du quasi? Siehst du? Wie man was macht? Banner Oh no no Ich google das, dein bester Freund Was geht's? Boah, ich mach kein Banner Wofür auch? Ja klar Ah, die sind mega cool Das ist ein Schild aus der Rolle Das ist eine Information Als ob du einen scheiß Öfen 50 Stück reinmachst Warum? Das ist viel zu viel Zu viel? Ja, anstatt vier Öfen zu machen, geht viel schneller Ja, aber wir haben nicht so viel Platz für so viele Öfen Hä, der Boden? Ja, wie hässlich ist das denn? Kannst du stapeln, die Öfen, das ist ja klar, ne? Ja, aber Wir haben nicht mal eine Decke Ich bin grad am Organisieren Was bist du am? Am vierten Organisieren So, für die Nachhaltigkeit sogar wieder Bäumchen pflanzen Äh, wie macht man denn nochmal Leben? Wie wär's, wenn du's mal sucht? Hast du grade gefragt, wie macht man Leben? Ja, dieses Dingens Äh, diese Töpfe Blumentöpfe Ja Keine Ahnung Frag Google Ja, wie keine Ahnung? Frag Google Ja, wow Scheiße Oder frag quasi Oder ich bin gleich wieder da Frag das quasi, Vicky Ich weiß Das ist das Traurige Das ist wie ein Eimer aus Lehmziegeln Ah, ok Oh, sieht das kacke aus So, da ist sogar schon Rote Beete fertig Ist aber so unnütz Kannst du bestimmt auch essen, oder? Kannst du eine Suppe raus machen, die extrem teuer ist und nichts bringt Wow Hat eher so was für Feind Und Kabel Charisma Ja, ja, Niki wird das feiern Weißt du, was du da für eine Suppe raus machst? Die heißt Borsch Das ist, das ist, das ist, ähm Das ist Ein ukrainisches, äh, Gericht Ok Und also ein Viehzucht Rote Beete kann ausschließlich für die Zucht von Schwein verwendet werden Also hast du jetzt Karotten und Dings Dafür So nützt ist sie gar nicht Ja Schön ist sie auch nicht Bäumchen fällen Das könnte schon reichen für den Anfang von Dach Was? Ok, das wird doch noch nicht reichen Lauf bei dir, Putzer Warum hast du so ein schönes Haus? Wir hauen gleich wieder ab Hä? Ich glaube, wir bleiben nicht für immer hier Ja, für immer nicht Wie lange willst du denn in diesem schäbigen Kackhaus bleiben? Alter Ja, was denn? Alter Ist okay Ich wollte jetzt eigentlich, keine Ahnung, ein bisschen Rohstoffe sammeln gehen Ein bisschen unter die Erde, Diamanten und so weiter Ja, können wir ja auch, aber ich hab jetzt nicht vor, da hier Ne, drei Tage sitzen zu bleiben Hallo? Dann klatsche ich das Dach einfach zu, mein Gott Ja, das dachte ich auch Ich wollte jetzt kreativ so ein Dach draufsetzen Alter Oh, oh, sie hast gehört, er wollte kreativ werden Oh Ja, deshalb wollte ich ja ein bisschen vom Dach her so Viertiert das Haus Rausreißen Geht nicht Du bist mir jetzt verarscht So, jetzt kommt hier so eine Decke drüber So, du kannst mich jetzt mal Jetzt war mal ein Dach, mein Gott Oh, jetzt hast du mich Oh, jetzt geht's los Da kommen auch Fackeln an die Ecken Perfektes Haus Mir ist gerade aufgefallen, Charisma ist bei dir auch so schön, dass wir da Ja, bei uns lag Schnee heute Morgen Was, schon wieder? Ja, bei uns ist Sonne wie Sau Ja, jetzt auch Aber vorher war richtig Schnee so So, richtig so Alter, ich bin so ein Aber das ist auch der richtige Norden hier, ne? Hm Nicht so bei Bremen da die Ecke, die ist ein bisschen lau, lau, lau Wetterchen Was? Was? What, what, what? Meinst du, wir finden das nochmal wieder, wenn wir unter die Erde gegangen sind? Na klar, schreib mal Rekords auf Habt ihr nur jetzt vorher nicht gesehen, wie ich Jan getötet hab? Lol Ne Ach du Scheiße Erbrennen sie sich ins Loch runter und ich hab erstmal ein Stück Saat oben drauf getan Lol Die schreiben gerade alle, was wir alles für Hausaufgaben machen sollen Ach du Kacke Wer macht denn schon Hausaufgaben? Ja, ich nicht Hast du noch Eisen? Ja, jetzt keine Probleme Hm, ja Dreischig Magst du mir ein bisschen Eisen geben? Oder vielleicht deine Inventar auch mal Wow Das ist ein bisschen Eisen, ja, ist okay Dein Inventar vielleicht auch mal ein wenig leeren Wenn wir jetzt Farben gehen, dass wir dann auch was mitnehmen können Ähm, nö Wow Ich bräuchte jetzt noch ein bisschen mehr Eisen Ich will mir zwei, drei Spitzhacken machen Wow Das reicht für zwei Spitzhacken Schwein gehabt Schwein gehabt? Okay Jetzt hab ich keine Stöckchen mehr hab Da ist noch Holz Holz hab ich aber auch wenig Äh, kannst du gut mit dem Bogen umgehen? Brauchen wir nicht Die brauchen wir nicht Brauchen wir nicht Woher hast du denn die Rüstung? Er ist der Pyramide Die Pferderüstung Und die haben keinen Sattel gehabt? Nein Kannst du das Gold kannst du schon mal schmerzen? Da ist doch Essen drin Ich hab noch zwei Öfen, mein Gott So, also ich hab jetzt genug Essen dabei für eine längere Expedition Boah, dann hast du alles rausgenommen, ne? Klar Da darf's auch was haben Der eine Öfen ist jetzt falsch Egal Ähm, was wollte ich noch mitnehmen? Hast du ne Fackel? Als wenn das jetzt schon wieder dunkel wird Ja Eine, eine! Ich hab jetzt noch ein Stack Fackeln, alles gut Hast du mal eine Fackel, ja? Schmeiß, 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 schmeiß Ne, viel cooler Bam! Oh, warum geht das nicht ab? Hey, guck, jetzt ist es immer hell Scheiße, kann sie wieder haben Ähm, Eisenspitzhacke hab ich Ich nehm noch ein bisschen Holz mit Was heißt ein bisschen? Ich geh mal Holz organisieren Bisschen Knochenmehl Weil wir brauchen ja ne Werkbank Dann können wir zur Not neues Zeug craften Und so, weißt du? Ich würde gerne mal was probieren Und zwar Was hier und Wie kann man denn Ton färben, alter? Keine Ahnung, musst du so ein Mesergebiet finden Was? Meserbiom, wo es den gefärbten Ton gibt Oh, okay Da kannst du den einfach abbauen dann Aber das will ich ja nicht Meserbiom hätte ich gerne Das und Dschungel, sonst haben wir auch alle Durch Der Dschungel hat Chaosmeier schon gefunden Ja, wow Hilft uns ja aber nichts Als ob du dir jetzt nur Spitzhacken gemacht hast Ja, mehr Eisen hatte ich nicht Gibt jemanden, der genau sagt, da mit dem Eisen rum Oh, oh Ja, ich hab jetzt genug Holz da auf jeden Fall mit Okay Amenu Amenu Irgendwas, lalala Amenu Heute hab ich ehrlich gesagt nicht viel Warum hast du auch so viele scheiß Dinger gemacht? Ey, weil ich das Haus schön machen wollte Das geht aber nicht So, hab ich das? Hab ich das? Das ist das Du brauchst kein Wein Brauche Wir haben aber auch kein Eisen Hallo? Kein Eisen mehr Hallo Lol Alles Eisen weg Was, ich weiß ja Okay Wir haben noch drei Ja, dann wird's Zeit, dass wir wieder welches finden Nee, wir haben elf Elf Eisen haben wir Soll ich das mitnehmen? Nö, wir finden unterwegs auf jeden Fall was Okay Dann brauch ich noch Dann brauch ich noch Genau Ich mach schon mal einen Weg in die Tiefe Okay Oh, ich muss mir neue Rüstung machen Ja okay, wir haben doch kein Eisen mehr Naja, würde ich machen, wenn wir nachher Eisen finden, oder? Oder ist schon ganz kaputt? Ich hab ja nicht mal einen Helm Ja, das ist ja nicht so schlimm Ah, Mino Oh Mann ey Alles ist eine Scholche Warte, ich mach mir wieder Mucke an ey Das geht ja gar nicht Wohin denn? Äh, einfach aus der Tür raus und dann geradeaus Wow Ich bin jetzt erst auf der Höhe, wie man normalerweise ist Wenn man nicht auf so einem scheiß Berg angefangen hätte Ah, du mach mal Ja, ja Ja, und dann einfach wieder Stripminen, oder? Ja, durch einen Diamantenfarm Und Eisen Und Zeug halt Quasi hast du eigentlich schon so einen Dungeon gefunden? Irgendeiner hatte doch schon Äh, so einen End-Dungeon Was haben wir? Halter sein können Braucht echt lange Ja, ich benutze erst meine Steinspitzhacken, bis sie kaputt sind Ich will dich das gute Eisen verhauen, weißt du? Ich hab vier Eisenspitzhacken, ich glaub das war ein Ich hab nur drei Hab aber keine Fackeln Ja, ja, ich setzte Ah, da ist es so hell hier drin jetzt, ne? Also in der Tür Wir hätten einfach eine Diamantspitzhacke machen sollen, dann hätten wir uns direkt Obsidian mitnehmen können Hast du die jetzt dabei? Nein Dann geh mal holen Aber dann brauchen wir nicht nachher nur für Obsidian nochmal runter, weißt du? Ja, dann geh holen Haben wir denn noch drei Eisen, oder hast du die jetzt verbraten? Ich hab aber keinen Fackeln jetzt Wofür brauchst du jetzt drei Eisen? Ey, dann hätte man einen Wassereimer mitnehmen können Ich hab Wassereimer dabei Ach, okay Ich hab auch einen Lava-Eimer dabei Als ob du ihn sonst zugemacht hast Vorwärtslich, ne? Bitte Soll Du hast einen Lava-Eimer dabei? Ja Falls irgendeiner kommt und dich töten will, dann kannst du den zulabern, oder was? Zulabern Statt zuzulabern, dann bist du labern Oh, wow Waffen einer Frau Bitte Das wäre natürlich noch geil, wenn wir die Diapicke verzaubern können Ja, ne? Aber da braucht man doch einfach Obsi für Die Aussage ist ja richtig dumm Da braucht man Obsi für, oder? Okay, ich hab nichts gesagt Oh Lass mich in Ruhe Ihr seid euch ein armes Elend Oh Oh Oh, ich baue da jetzt oben eine Tür hin Können wir immer durch die Tür hin Ich hab doch einfach Wo wohnst du eigentlich, Karls, noch? In den Bergen Okay, das hat zum Glück jetzt keiner gesehen Obwohl, doch Scheiße, das werden Leute sehen Egal Was hast du gemacht? Ich hab die Tür gesetzt Lauf doch nicht deshalb hoch, das siehst du nachher, wenn wir wieder rausgehen Ich hab die Tür gesetzt Aber man kann die ja nicht in der Luft setzen Und dann hab ich die einfach ein Feld weggesetzt Und konnte drum rum gehen Oh Du bist so ein Lappen, ne? Du reißt mich einmal mit Ich mach auch jetzt weiter Ich hatte nur keine Fackeln mehr Oh wow Als ob du ohne Fackel dann nicht weitermachst Nein Hast du die Helligkeit nicht so hochgedreht, wie's geht? Weiß ich nicht Weil dann sieht man alles Als ob du das jetzt guckst Versteht Ja, ist ganz hell Aber ich bin blind Panzersweißer Weck da Weißt du, wenn wir leicht versetzt machen Ich schub mich nicht hin und her Schub, 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 schub Geweck Geweck jetzt Ich hab mit der Eisen Äh, mit der Dia-Spiel-Tacke Eine Haltbarkeit verspendet Oh mein Gott Boah Du ziehst mir zweieinhalb Herzen ab Ja, das ist die Eisen-Axt Wenn ich einmal zu lange, dann richtig Das zieht mir nur ein Herz ab Ein halbes Das waren zweieinhalb Hör auf, hör auf, hör auf, hör auf Ich hab doch Ich hätte oh pennen sollen Ich war doch immer noch nicht pennen Ich darf unten jetzt nicht verrecken Ich hab ähm Ich hab alles dabei Ich hab Oh Oh, warte Scheiße Was? 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 Boah, ist bestimmt voll spannend Einfach nur hier zu stehen Und immer eine Fackel zu setzen Für die Zuschauer Ey, nicht rumstehen Weitermachen Dann kannst du das Gold schnappen Und Eisen Oh, wir sind ja schon unten angekommen Guck mal zu dir, Carissa Du it Musst mir nämlich hier Deine schönen, äh Dschungelbäume holen Dschungelbäume Ja Ich brauche keine Dschungelbäume Was denn? Du hast ja gesagt, du hast Dschungel gefunden Ja 200 Meter von ihm weg Nach hinten Richtung Minus Oh, da bleibst du ja grad hin Ja Ich bin Ich bin circa 800 Bis 1000 Äh Blocke von Von mein Zohus Weggelwiesen Ach, da ist der Dschungel Erst Ja Dann mach ich das mit NETA-Portal Das geht schneller Weil der ist Der ist wirklich riesig Der Binom Der Binom Binom Das Binom Der, die, das Binom Binom Binome Ein, ganz viel Gold Gold, roger Ich bin outgoing Und At Das glات Wo Ich bin Oh, Lapislazuli. Ist wer von euch schon mit den neuen Booten gefahren? Ja. Cool, da kommen wir mit zwei Leuten rein, ne? LOL. Ernsthaft? Ja. Wir sind immer mit zwei Booten unterwegs. Oh Gott. Ja, woher soll man das auch wissen? Ist ein bisschen größer geworden, das Boot. Ja, das ist mir aufgefallen. Dachtest du mehr Platz für dich? Ja. Endlich mal bequem drin sitzen, weißt du? Ich will jetzt Diamanten finden. Ich habe so ein komisches Enchantment auf meinen Stuhn, dass ich voll schnell im Wasser bin und das gilt fürs Boot auch. LOL. Ja, Wasserschreiter oder sowas, ne? Ja. War ich nicht. Hallo. Hallo. Als ob du Gold hier gelassen hast. Ja, ich habe gesagt, da ist Gold, bau das mal ab, aber... Ja, ich musste gerade mal. Ja, kein Problem. Hey, warum hast du nicht weitergebaut? Äh, guck mal auf die Höhe. Wir sind schon auf Diamanthöhe. Du hast doch zwölf letztes Mal gesagt, ne? Ich mache zwölf, ja? Ja. Als ob du auch Redstone hier lässt. Brauchen wir doch nicht. Gibt XP? Ja, aber ich will Diamanten haben, kein XP. Wow. Für XP gehe ich später in den Neter. Nee, ich gehe nicht in den Neter-Kassar-Laden hingehen. Quarz fahren. Da verrecke ich noch mehr als sonst wo. Pferde. Hatten wir auch schon. Ja, die droppen auch lecker Fleisch. Tschüss, Karos, Mann. Ich habe einen Sattel. Ippisch. Bestimmt aus der Neter-Festung, ne? Äh. Da gibst du mich immer ganz viele. Gibst du mir mal Fackeln? Ich habe gar keine und es ist dunkel. Ja, nun geh hoch und hol dir welche. Hey. Hey. Jetzt habt ihr mir jetzt fünf Fackeln oder so. Wow. Sechs. Ja, verbrat die erstmal. Das reicht. Ich scherz mich jetzt hier hin und ess meine Keks auf. Och Mann, es wollen einfach keine Diamanten da sein. Och, Eisen. Wir haben doch gerade erst angefangen. Ja, aber. Wäre doch kein Problem, wenn jetzt so direkt fünf Diamantadern hier wären, oder? So, full DIA. Ja, wie bei CS, wenn du irgendwas, wenn du Kisten aufmachst. Wow. Als ob du mir gerade Fackeln gegeben hast. Ja, klar. Cool. Redstone. Oh, die erste Eisenspitzsacke kaputt. Wut. Man kann ja jetzt sogar Tiere ins Boot reinschubsen. Loy. Man kann mit den Tieren fahren. Weißt du, was quasi gerade verraten hat? Dass man keine zwei Boote braucht, wenn man zu zweit unterwegs ist. Wow. Ja. Und wir verlaufen uns die ganze Zeit, dann verpaaren uns die ganze Zeit. Ich glaube, ich kann aber mein Pferd nicht reinquetschen, oder? Das ist ein bisschen zu. Das wäre aber cool. Du kannst ja auf dem Pferd ins Boot steigen und dann vom Pferd aus rudern. Das würde doch theoretisch gehen. Mhm. Nun bewegt dir das Pferd. Nein, das steht ja fest auf dem Boot. Angeklettet, oder was? Ich muss dir mal sagen. Stehen bleiben. Ah, komm. Für Redstone buddle ich mich da nicht rein. Wow. Oh mein Gott. Was denn? Ich habe Obsidian auf jeden Fall. Nice. Wir hätten auch selber Obsidian machen können. Ich habe ein Lava-Alba und Wasser-Alba dabei. Wir sind auch ein bisschen dumm, ne? Ja, aber wir müssen dann halt... Oh, ich nehme mal die Diamanten hier. Ähm, das geht, klar. Aber du willst ja nicht die eine Lava-Quelle direkt verkacken. Du müsstest dann aus einer Lava-Quelle... Kannst du ja unendlich viel... Ne, unendlich viel glaube ich nicht, aber... Doch, unendlich viel. Da müsstest du aber Redstone für kaputt machen. Ist doch scheißegal. Du brauchst noch nur drei. Und dir hast du ein Apparat bauen. Vier. Obsidian brauchen wir zehn Stück. Zwei. Zwei brauchen wir. Ja, für Neter, aber ich dachte jetzt für einen Verzauberungstisch. Ach so. Ja, mir geht es ja direkt auch um den Neter. Ich dachte, du willst erst mal verzaubern. Ja klar, die XP dafür hole ich aus dem Neter. Wow. Denn im Neter geht das Beta. Lol. Da bin ich nicht mehr alt. Als ob du jetzt deswegen zurücklässt, nur um mich zu hauen. Ich finde ja die Witze von Charisma besser. Wow. Der hat weh. Hier ist irgendwo ein Zombie. Töte ihn. Ich weiß ja nicht wo. Ey dann, lass ihn leben. Die Geräusche sind schon wieder, ey. Wie mit dieser herzlichen... Witch. Bitch. Ähm, ja. Vielen Dank fürs Zuschauen, vielen Dank fürs Mitspielen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Au revoir.